So. Sollten wir um Mitteln und Barfline spielen. Ich glaube, Toplane sollte hoffentlich fein sein. Ich hoffe, er entert die Kamille nicht. Das sollten wir einfach für free killen, ne? Das war ein cleanes Exhaust. Äh, ein Cleanse, meine ich. Oder? Can't pull, ne? So, wir wollen am besten ein Fulk nach unten haben. Wir können auch ein Fulkli skippen. Und früher Bottling gehen, weil das ist eigentlich relativ easy, die zu killen, ne? Ich glaube, das machen wir tatsächlich sogar. Naja, das machen wir sogar. Wir haben halt keine Sums. Wir haben noch Sums. Das ist so free. Der hatte doch... Also der war doch in der Lane, hat nicht gepullt. Crazy, am hinten die Gegner. Jetzt schippt aber niemand, der obere. Good job, Bott. Noch ein Kill-Bottlane. Sehr gut. Der Unterschied zwischen unserer Bottlane und der Fulkli ist so groß, ne? Der pullt nicht, schiebt zweimal solo. Die pullen nicht, kriegen 4 kills, ne? Also es ist halt... Es ist fein für mich, wenn die Leute nicht pullen wollen. Wenn sie dafür wirklich einen Advantage rausbekommen. Aber das kann nicht sein, dass er nicht pullt und dann zweimal hintereinander solo in einem Counter-Match-up stirbt, ne? Das ist nicht gut. Was? Wie hat die das... Der hätte chillen können leider nur. Oh genau, was ist das? No, no, no... We didn't reach this... Wenn sie face washplot kann ich da rein. Das ist okay. Ult bekommen und Kill bekommen. Ist nicht das beste, hätte ich überlebt, wenn der Rex nicht da wäre. Also ich meine, dann hätte ich halt nicht in den Tower reingehen müssen, das ist halt das Ding. Ah, nur kurz schnell, holen wir kurz die Golems, gehen base, dann gehen wir bot lane. Oh, das kann richtig gut werden, das kann auch richtig bad werden. Okay. Mate, du bist einfach dead, wenn der dich trifft. WTF. Ah, das ist terrible, 2 für 1, aber dafür haben wir einen Shotdownfall, das ist nicht gut. Das wäre nicht wert. Okay, ich habe das jetzt. Okay, wir gehen back mit. Warum benutzen wir unsere Ultis? Scheiße. Mal. Ich meine, wir dachten glaube ich beide. Was ist das denn für ein Int schon wieder? Alter, dieser Rank ist so ein Wunder. Der muss eigentlich Mitte catchen. Mal. 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 sich jetzt ticken. Fuck. Ich bin durch hypocrites gelaufen. Ich habe kein Spot gehabt, kein Sweeper. Shit, der hab genntelt. Der nimmt sich erstmal die Wave von unseren AD carrier und erhalten die Wave von Blood Mask. Okay. So, die Tau sollte freeze sein, eigentlich. Nice one team. Sieht sehr gut aus jetzt. Das Game. Minions sind Harald, die kriegen den Tower so. Ich hab wieder Ulten. Theoretisch würde ich den Ulten. Okay. Okay. WTF ist das für ein Game? Oh Gott. Ich glaub der Dragon kommt in einem Minions. Ich glaub wir machen noch einen Harald davor. Okay. Scheint Game Over zu sein. Die machen 2v5. Wir sollten eigentlich Top-Lean hören. Oder zumindest in Tower nehmen. Mal weiter. Wir sollten einen Charge nehmen. Das sind voll HP. Ding. Okay. Vielleicht können wir sogar direkt benden. Ja. Dancing Harald. G- G- Ah, nice um. 10 Punkte. B- A- G- G- G-